EM 2024 – Josua Kimmich richtet emotionale Worte an Fans Deutschland – Die Halbfinalisten der Europameisterschaft 2024 sind gefunden. Für Deutschland ist der Traum von dem Heimberufstitel hinter der Niederlage gegen Spanien wohl geplatzt. Der DFB-Bezwinger von der iberischen Halbinsel trifft an dem morgigen Dienstag ab 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena auf Frankreich. Doch vier Mannschaften kämpfen noch aufgrund dessen den Pokal. Die Equipe Tricolore hatte sich vorher an dem Freitag in dem zweiten Runde der letzten Acht in der Elfer Tombola mit 5 zu 3 gegen Portugal durchgesetzt. Ebenfalls jenseits jene volle Abstand ging es für jene Engländer an dem Samstag gegen jene Schweiz. Letztendlich feierten jene Three Lions sogar einen 5 zu 3 Bilanzaufstellung von dem Einzelheit und zogen in das Vorschlussrunde ein. Dort warten an dem Mittwoch in dem Dortmunder Fanal Iduna Park jene Niederlande, jener im vierten Hazardspiel der Arbeitsgang der letzten Acht einen Verzug gegen jene Türkei noch in einen 2 zu einem Sieg auf die andere Seite legen konnten. In unserem großen Live-Dicker zu der EM-Fest stecken wir euch jenseits alle Ergebnisse, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden. Josua Kimmich meldet sich hinter DFB aus zu Wort er brauchte etwas Uhrzeit, aufgrund dessen dasjenige aus in dem Runde der letzten Acht gegen Spanien zu verdauen. Doch jetzt hat sich Josua Kimmich, 29, auf Instagram an jene Fans der deutschen Nationalmannschaft gewandt. Dieses Turnier bleibt für immer denkwürdig in meiner Karriere. Sehrbieter, dass wir in dem Runde der letzten Acht ausgeschieden sind. Wir alle hätten am liebsten uns und unserem Grund- und Bodenserbigen einmaligen Verdachtsgrund beschert an dem Schluss den Berufstitel zu gewinnen. Es hat dennoch nicht gereicht, zog der Profi des FC Bayern Bilanz. Wir haben alles gegeben, alles reingehauen. Trotzdem blicken wir alle auf ein unfassbares Turnier zurück, auf eine überragende Überzeugtheit von sich selbst überall in der Stadt und in den Stadien. Und vornehmlich auf ein Team mit einem unfassbaren Spirit, einem wahnsinnigen Zusammenhalt. Wir hatten Affinität beisammen zu funktionieren und alle zusammen unseren Traum zu verwirklichen. Besonders der Teamgeist, der zur Zeit entstand. Hatte es ihm angetan, danke ans Team, danke ans Trainerteam aufgrund dessen Julian, danke an alle Menschen drumherum und danke für Serbigen unglaublichen Support überall in Deutschland. Diese gemeinsame Uhrzeit mit euch war einmalig. Und sogar für den scheidenden Mittelfeldmotor Toni Kroos, 34, hatte der 29-Jährige warme Worte übrig. Lieber Toni, es war mir eine Ehre, mit dir auf dem Sportplatz genuin zu haben. Große Achtung vor deiner Karriere denn Sportler, und noch viel mehr Achtung für dich denn Mensch. Danke für alles, schrieb Kimmich.